hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren projekt von franken an die ihr spiel in mist survival ja vor drei jahren sind mysteriöse passiert und viele flecken der erde wurden menschen haben sich verändert die videos hat sich ausgebreitet wir sind ihm dagegen und areas wurden angegriffen und die letzten angriff den haben wir überlebt und sind davon gelaufen und wir sind gestandet und müssen jetzt überleben ja dann gucken wir was wir hier finden wir nehmen einfach mal alles mit ich habe dieses spiel ein klein wenig woanders schon gesehen heißt ich weiß schon ein bisschen was über das game aber nicht allzu viel deswegen gucken wir mal was wir hier so noch entdecken können so das ist unser schlafplatz aktuell als es eine kleine hütte nirgendwo man kann häuser beziehen ich muss noch ein bisschen oder liegt ein stein stein ist in am anfang bis das nehmen wir gleich mit was wir sehen alles einsammeln blaubeeren die kann man gleich essen ich habe hier das die gasdichte auch ein bisschen niedriger von anfang an eingestellt denn wenn die zu hoch eingestellt ist sieht man irgendwie am boden so wo sind wir denn da ist ein bär oder ist ein stein so wir sollten uns erstmal irgendeine hütte suchen der wir dann unter schlupf finden können auch schlafen können hallo und stein hallo und stein hoffenstein ist offen gold so 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 jetzt sind wir hier auf einem feld hier sieht ein taktor um da geradeaus ist eine können wir was mit diesen aktoren machen da stehen viele taktoren halleluja läuft nun jemand gut ist immer gut komponenten nennt sich dieses rote zeug hier haben wir metallschott eine flasche die lassen wir erstmal noch da die brauchen wir nicht da werden wir wohl noch viele finden wir bräuchten ein häuschen irgendwo keine ahnung ich kenne diese ecke der karte überhaupt nicht keinen schimmer da ist eine schmerz kenne ich ja nicht irgendwas gucken wir uns mal hier um hier gucken wir uns nicht um schnell weg hier das sind zombies denn die sind definitiv auch keine freunde von uns hier ist ein kleines häuschen aber das ist schon echt wahnsinnig klein kann man das essen ah ja so ein stein oh hier gibt es eine cola und was ist das hier ein fruit der dosen früchte ein haus da ist noch die rucksäcke sind ja wir hier lest grad schon hier wir legen und max einlegen wir bräuchten langsam so kleines Häuschen. Damit wir uns ein bisschen verschanzen können. Da ist wieder ein Bär. Hat uns nicht... Verbände, die sind teuer zum Herstellen. Oh, guck mal, was ist das denn? Das sieht doch... Wow! Lauf! What the fuck? Oh, alter Schwede. Oh, da liegt ein Hammer. Kann ich nicht aufsammeln. Okay. Steine. Der Lesbige wird es jetzt hier nur, oder? Oh, da liegt ein Messer. Oh, das sind zwei Spindel. Yay! Und da ist was zum ersten Spindel. Ja, das ist schon mal... Das ist doch schon mal eine Geschichte. Ähm... Die Säge, die lasse ich mal da. Steine, Blätter... Am Tisch... Ein Räumen. Ein Messer. Ja, ich habe ja schon eins. Das ist aber irgendwie uncool, das... Oh, was ist das denn? Ja, achst... Ah, schön. Das hier... Firewood. Der Hammer... Zack. Hammer her... Was ist das denn? Ein Water Barrel. Ist ja... Das können wir reparieren mit Blättern und Nägel. So, wir haben auch ein Baumenü. Das kann man... Wie kann man das öffnen? Was spawnen wir denn? Ein Campfire oder ein Basic Fire? Ne, wir nehmen schon... Barrel Fire. Brightness, bright light and fire so long... Ration... Can a Campfire. Jawohl. Mhm. Eigentlich ist der Schlüssel zum Überleben. Gibt Licht und Hitze zu... Ähm... Für den Spieler... Could be... Spire Wild Animal Repland. Ah, zum Kochen. Hm. Da würde ich dann... Würde ich gern verlageln. Ich glaub hier... Wir machen hier mal... Wir machen hier mal... Ach, Startbild. Achso, hier. Ich hab hier die Äste da reingemacht. Toll... Äh... Interact... Starter... Da... Äh... So... Sag mal, da hab ich doch hier was bekommen... For Lightning Fires... Ah ja... Okay... Okay... Was kommt denn wohl hier hin? Ah... Was ist das hier? Was wird denn da reingehoben? Okay... Tinder... Was ist Tinder? Back... Da ist er... Alkohol... Ja... Falpeter Puder... Alles klar... Gun Puder... Ah, ja... Try me... Wir haben noch keine Ahnung, wie das hier im Feuerfunk ist... Was kann man hier noch so alles bauen... Äh... Unlock more items... Ja... Okay... Licht... Ah... Betten... Wollen wir uns in den Schlafsack hinzimmern? Ne... Wir haben hier gleich so ein Bett, oder? Ein bisschen was hiervon haben wir ja schon gefunden... Was denn... Ach... Ach... Hier gibt es noch mehr Auswahl... Hier, guck mal... Ja... Komm... Wir machen hier mal ein Bett hin... QL Rotate... So... Was brauche ich... Dafür... Ähm... Komm... Ach... Ach... Tücher... Oder... Genau... Rundbretter... Oh... Ähm... Das ist dieser Nebel... Ähm... Nebel ist... Äh... Blöd... Weil... Äh... Zombies greifen einem an... Äh... Und... Äh... Wenn die einen angreifen... Dann... Also... Die kommen dann auf ein... Äh... 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 Wie... Wenn ich das Nebel... Ich hab Angst... Äh... 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 Ich weiß auch gar nicht, wo der da ist. Wie ich hier irgendwo sicher bin, kein Schimmer. Ich weiß, der Bär ist auf jeden Fall noch da. Er läuft da irgendwie gegen den Baum. Ich bleibe hier einfach mal ein bisschen und verstecke mich hier. Was kann denn da schon passieren? Ich bin gar nicht da. Ein bisschen Farbe könnte die Hütte mal gebrauchen, oder? Wenn der Nebel dann da vorbei ist, dann gehen wir mal raus ein bisschen. Holz machen. Was ist denn da rum, ey? Ich bin nicht da. Für diese Zeugen Jehovas hier. Wenn wir es verkaufen wollen. Glaub ich an Gott? Vielleicht mit ihm über Gott reden? Ja, ja. Schau mal. Und im Nebel spawnen diese überall und laufen dann draußen rum. Die greifen man ständig an. Deswegen sollte man sich in einer geschützten Hausung verbarrikadieren. Und die können aber auch reinkommen. Also hier durch diese kaputten Fenster können die reinkappeln. Ich glaube, du seht die ganzen da hinten. Und ich glaube, die können auch keine Türen aufmachen. Also Stand aktuell zumindest. Wer weiß was schon. Was noch so alles passieren wird. Daraus läuft dann, glaube ich, sieh. Hau ab. Bin ich da. Ich möchte keine Zeitschrift abonnieren. Ja, geht schon wieder. Gott sei Dank. Boah, dass da gleich so früh der Nebel kommt, ist jetzt heftig. Ist der noch da? Ja, der Bär läuft immer noch gegen den Baum. Da ist einer. Ja. Ich nicht. Anscheinlich. Warte. Der Nebel ist schon auf. Oh, ich werde schneller, oder? Warte, der Nebel geht weg. Lass sie sich nicht kekselig angreifen. Aber das geht mir echt auf den Keks. Das ist der Bär hier. Ständig hier auf direkt vor mir nicht. Ah ja, guck. Umläuft. Ich greifte mich jetzt nicht an hier, der blöde Bär. So. Oh, was war das denn? Tree Bark. Okay. Allerhand Zeig fällt hier runter. Die Blätter hier auch. Die Blätter hier auch aufs Dammel. Da ist noch eine Baumhände. Baumhände. Oh. 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 Ah. Jetzt. Okay. Was passiert dann? Oh. Okay. Ach guck mal. Oh. Ich hab ähm. Holz gesammelt. Gut. Ähm. Hm. Das ist aber nicht das. Was soll irgendein Brett da brauchen. Kann ich doch bestimmt irgendwie erstellen. Ah. Was kann ich denn da? Äh. So. Ah. Da kann ich's machen. Okay. Und. mit. Firewood. Wood. Ah. Ah. Dafür brauch ich die Baumwände. Seile. Okay. Okay. Dann mach ich jetzt mal. 8 Blätter. Ich glaub das war genau die Menge für äh. das Bett gebraucht habe. So. Jetzt fehlt nur einmal noch so. Der Zeug. Ähm. Holz lege ich nochmal hier rein. Keine Ahnung. Wetter. Wetter. Und Rinde. Äh. Ich bin durstig. Trinke ich doch mal ne Cola. Oh ja. Der hat. Oh. Und dann esse ich hier mal das Haus. Und schuck ruhig. Ja. Das war jetzt nicht so der Burner. Ähm. Ich brauch aber noch äh. Handtüte. Wie sieht es denn aus. Hallo. Hast du hier. Äh. Achso. Da war ich glaub ich schon drin ne. Oh. Ein Wohnwagen. Hallo. Wie jemand. Hallo. Nachbar sind sie zu Hause. Habe ich schon eine. Eine. Okay. So. Dann gehen wir halt mal da in das Häuschen an. Mal gucken. Was wird also noch so öh. Was wird also finden. Hallo. Hallo, hallo. Das ist ja nicht so wirklich. Oh, was ist das denn? Eine Knüfte, ja schön. Ah, Handtücher. Tonikbauteile, kann ich da noch mehr ausbauen? Weiter viel zu. Oh, noch mehr Handtücher, König. Können wir unser Bett fertig bauen? Ja, wie sieht der auf? Dann gucken wir mal bei dem Nachbarn der Düben noch nach. Oh, da kann man unten auch noch rein. Oh, da liegt Punition. Hallo. Farbe. Ja, die wollte ich haben hier zum Streichen. Das und noch mehr Handtücher, yeah. Die Flasche, jetzt haben wir ja ein bisschen Platz. Ein paar Komponen. Das ist die Tür, ja, okay. Noch irgendwas? Ach, da ist noch so ein Ding. Hallo. Was denn? Kipp! Das ist ein Kassler-Schmitteln. Das ist ein Büro-Set. Das könnte ich auch noch gebrauchen. Von den Lokomotiven? Sind. Essen? und einen verband ja sehr schön und noch mehr monet ja gut ja sehr schön ihr lieben nachbarn danke danke jetzt mein bett fertig bei uns wird hier ich wieder dunkel auch noch was sind man kann mit diesen autos auch rumfahren wird das jetzt schon wieder nehmen oder was ausgehen ach so noch da doch auch gott habe ich viele jetzt haben wir erst mal unser bett fertig es ist das so eine kästchen sich das braucht kein schimmer vielleicht sollten wir gleich ein bisschen sortiert ganze einmal zucker habe ich da hier mache ich mal so crafting artikel ein wasser das nimmt aber mit steine essen essen da sogar da kommt auch irgendwas kochen damit schlafen muss man hier auch in dem spiel und hier ist so spinnte kann man auch bauen da könnten wir eigentlich glatt mal noch ein mal container im container im container Large-Container Oh, das ist ein Oh Oh Mach mir mal so einen hier Das sieht wie vorne aus, oder? Ja, das Zeug brauche ich, und das Zeug brauche ich, und weiter Genau, weiter haben wir keine, aber die können wir ja schnell machen Äh, einmal, einmal weiter, ja So, 21 Uhr Ah Guck mal, da haben wir jetzt, äh Jetzt eigentlich so einen eigenen Essensschrank machen Aber ja, Platz Ende Okay Okay Ich weiß immer noch nicht, was da Tinder Ach, kein Schimmer Boah Äh Äh Grüß dich und ruhig bin ich auch schon wieder Oil of Water Ja, das hätten wir uns mal drum kümmern, dass wir, äh Ich muss auch ein bisschen schief werden Oh, Gottes Willen Eihalala Ähm So Mal gucken, wie wir irgendwie Wasser Wasser sammeln können, da unten war ja ein See Ähm Alter Alter, alter Ja, erstmal hier ein bisschen Boah Boah Könnte ich wieder hier nähen Ich hab heute Wie lange will ich schlafen, ist es um 10, ähm Wenn ich 8 Stunden strafe, dann ist es um 6 Okay Ah ja So, ein weiter Tag Aber bevor wir auf die Reise gehen Sag ich Tschüss Nächsten Folge Al access Based Auf